Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ori and the Blind Forest. Ja, in dieser Folge müssen wir unbedingt diese feuerspuckenden Steine zerstören, damit wir weiter nach oben kommen, um einen Hebel zu aktivieren, der die ganze Lava hier ausschaltet. Und dafür müssen wir jetzt in verschiedene Ebenen springen, damit das Ganze überhaupt funktioniert. Jetzt hänge ich aber dieser hier fest, wo wir alle kaputt machen müssen. Alle dieser Dinger, damit wir weiterkommen. Das ist gar nicht so einfach. Oh Mann! Oh, das sah so gut aus. Oh, der war gar nicht tot, ne? Oh, eine Rettung! Hm, nein, nein! Oh, das sah gut aus! Piest! Das wär's ja jetzt gewesen. Ah! Das ist gemein! Das ist echt fies! Oh Mann! Okay! Er ist oben denen. Nein! Oh! Oh! Oh mein Gott! Meine Hände! Oh nein, ach! Ach, irgendwann sieht man die ganzen Attacken auch einfach nicht. Dann sehe ich die nicht, wo die hingehen. Ah, okay. Ja. Wer lange und viel trainiert, der hat es irgendwann raus. Ah. Oh, der hat mich nicht gesehen oben. Ah, Mann. Puh. Es ist immerhin schön zu wissen, wenn man weiß, wie es gehen würde. So. Nochmal. So nah und auch so fern. Okay, erst du. Dann du. Schießt doch. Oh, wieso ist er so langsam? Ah. Na los, öffne dich. Ja, 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 ja. Ja, er hat mich gesehen. Sehr gut. Noch ein bisschen höher. Zur Sicherheit. Oh, wow. Habe ich jetzt alle? Hm. Oder komme ich jetzt hier so locker hoch? Ich traue mich nicht, aber abspeichern, hoffentlich klappt das auch. Hä? Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Ah, jetzt muss ich wieder zurück, ne? Ah, okay, okay, okay. Weil ich die jetzt alle kaputt gemacht habe? Genau. Jetzt komme ich nämlich hier weiter. Ah, sehr gut. Ich dachte schon, ich bleibe hier wieder 500 Stunden lang hängen. Cool. Juhu. Wir kommen rechts unten weiter. Okay. So. Jetzt wollen wir nach links. Und speichern wieder ab, weil das können wir. Und hier hin. hoffentlich reicht das aus. Oder waren wir hier schon drin? Nein, ne? Nein. Oh. Der sieht gruselig aus. Eine kleine Map, oder? Nein, bestimmt nicht. Ich glaube, das gehört dazu. Speichern. Okay, das schießt ja nach oben. Noch. Hier mal nach unten. Okay, ein Bubble-Monster. Au, aua, aua. Au, au, au. Okay. Das wäre doch zu einfach. Passiert doch jetzt irgendwas. Erstmal machen wir das hier kaputt. Ja, genau. So war das. Okay, okay, okay. So sind wir erst mal safe. Aber wo müssen wir denn damit hin? Hä? Aber ich doch. Moment. Mhm. Okay. Ich hoffe, der trifft uns hier nicht. Einfach schieben, schieben, schieben. Und schnell auf die andere Seite. Oh, es könnte gefährlich... Oh. Nein, jetzt habe ich dabei nicht festgehalten. Ah, okay. Das wäre ja auch zu einfach gewesen. Vor allem, der ist so viel schneller jetzt, wenn wir unten sind. Oder kommt mir das nur so vor? Naja. So. Und plopp. Schieben, schieben, schieben. Wenn. Na. Okay. Bin jetzt schnell... Weg damit. Okay. Das war aber ein kleines, einfaches Rätsel. Okay, cool. Äh, ach so, ja. Hä? Ja, dann hätten wir das... ...jetzt auch schon geschafft. Uh. Aua. Ach so. Na. Na so. So geht's auch. Ähm. Speichern. So, dann geht's weiter. Links und rechts haben wir jetzt. Dann würde ich sagen... ...fliegen wir nach hier unten links. Ich glaube, das sollte am einfachsten gehen. Huch. Nein. Aua. Ja. Hä? Ach so. Na gut. Hier waren wir ja schon mal. Kommen wir hier irgendwo hin? Nein. Okay, ein Kristall. Und dann speichern wir mal ab. Oh oh. Wir müssen ganz nach oben. Schätze ich mal. Das kann ja was werden. Huch. 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 Okay. Das habe ich dir natürlich wieder kaputt gemacht. Okay. Alles klar. Ah. Ja. Das ist auch wieder gemein. Ich meine gut, ne. Manchmal gibt es so ein paar motivierende... Oh nein. Jetzt habe ich es wieder kaputt gemacht. Äh. So ein paar motivierende Rätsel, wo man denkt... Ja. Cool. Ich komme weiter. Und dann... Was ist denn hin? Oh. Oh. Okay, speichern, wenn's geht. Ach, haben wir es schon geschafft? Och, Mensch, das ist toll, dass mal was klappt. Ja, cool. Ja, kann ich hier irgendwie weiter? Nee, ne? Ich muss wieder ganz zurück. Okay, warte, ich speichern nochmal. Einfach immer wieder speichern. Dann haben wir den ja jetzt auch schon. Oi. Wee. Oh, mein Gott, ey. Speichern. Puh. Cool, haben wir das auch schon geschafft? Jetzt gehen wir mal nach hier rechts. Wenn wir da hinkommen. Okay, 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 cool. Okay, komm ich denn da hoch? Ui, okay. Mhm. So geht's. Wee. Achtung, weh. Und E. Oh, wow. Das sieht auch wieder sehr hartnäckig aus. Die brauchen wir nicht unbedingt hier, oder? Sind die wichtig? Ich behaupte mal, nein. Was ist das? Und wo muss ich hin? Äh. Okay. Oh, ich sehe schon. Hm. Ja, war ja klar, dass ich hier nicht speichern kann. Oh. Oh. Ja gut, dann flutsch mal weiter. Okay, hier kann ich speichern. Okay. Nein. Nein, 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 nein. Ich lebe noch, ja. Und nochmal speichern. Oh, nehme ich mit? Ähm. Aber auf die andere Seite. So. Jetzt, uh. Auf die Seite bitte, ja. Uh. Und auf die Seite. Oh, äh. Und so. Okay. Okay, okay. Hm. Oh. Hallo. Äh, Moment, kann ich entziehen? Nein. Ah, Mist. Hm. Ich sehe schon, ich muss rechts lang. Oh Gott. heiß, 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 heiß. Das war's? Äh, noch ein bisschen. Okay. Hier so. So, da. Ja, gut. Super. Ah. Das ist ja schön. Speichern. Okay. Und jetzt geht's wieder zurück. Ah, die haben auch aufgehört zu schießen. Dankeschön. Vielen Dank. Oh, was ist denn hier? Okay. Vielen Dank. Ist hier unten irgendwas? Na gut. Hä? Der ist ja verbuggt, oder? Guck mal. Was ist denn das? Mhm. Ne. 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 Ach, Quatsch. Jetzt geht er wieder. Oh, gar nicht gesehen. Überall ist hier gelb. Wo bin ich? Da bin ich. Kann man die hier auch noch kaputt machen? Hm. Hm. Okay. Cool. Dann haben wir jetzt noch... Ähm... Eins. Zwei vor uns. Zwei haben wir noch vor uns. Ich mache hier aber mal eine Aufnahmepause. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn wir hier die beiden letzten Tore machen. Und, äh, ja, dann mal schauen, wie es im Horu-Berg weitergeht für uns. Das Ende scheint hier zu nah hin. Gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann bis zur nächsten Folge von Ori and the Blind Forest. Tschüss. Tschüss. Tschüss.